Katja und Co. verraten, so ist Stimmung in der DSDS-Jury. Harmoniert die neue Zusammensetzung bei DSDS? Nach seiner Zwangspause ist Pop-Titan Dieter Bohlen, 68, für die finale Staffel der Castingshow zurückgekehrt. An seiner Seite sitzt wieder sein guter Freund und früherer Schützling Pietro Lombardi, 30. Die Frauen werden von zwei Frischlingen in der Jury vertreten, Rapperin Katja Krasavise, 26, und Popsängerin Leonie machen die Runde komplett. Doch wie gut funktionieren die vier Juroren zusammen? Herrscht am See Top-Stimmung oder gibt es oft Beef? Im RTL-Interview verrät Pietro jetzt, die Stimmung in der Jury ist gut, wir harmonieren wirklich sehr gut zusammen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber das macht es spannend und interessant. Dem kann Leonie nur zustimmen, die Stimmung ist super, wir haben viel Spaß zusammen und verstehen uns alle gut. Am Jury-Pult herrscht ein schöner Wiebe, weil es auch immer mal wieder Mädels gegen Jungs ist. Auf eine witzige Art, wir shakern zusammen. Vor allem mit Katja verstehe die Sängerin sich prächtig, ich bin unheimlich froh, dass Katja auch in der Jury ist. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Anführungszeichen.